Wir spielen 3x3 für Mädchen hier, weil wir das einfach für eine super Gelegenheit halten, dass die mal untereinander spielen. Die U12 und die U14-Mädchen müssen bei uns im Bezirk bei Jungs gut spielen und so schaffen wir das halt. Man braucht halt nicht viele Spielerinnen. Also die ganzen Vereine, die auch keine Mannschaft stellen können, die können ihre Mädchen hierher schicken. Und das haben sie beim Mischmasch-Turnier jetzt auch gemacht. Bei uns ist halt wichtig, dass bei den Turnieren keine Mannschaft ausscheidet. Die Plätze werden alle ausgespielt und dann haben sie auch fast alle gleich viele Spiele. Es geht einfach darum, dass die viel spielen. Die Plätze werden alle ausgespielt. 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 Das sind die Plätze werden alle ausgespielt. Die Plätze werden alle ausges 결과.